Wissen Sie, wenn wir jetzt in die Meldestelle gehen und wir sagen zum Beispiel, es gibt ein Feld Religion, da sagt man Moslem, wissen Sie was geschrieben wird dort? Es gibt nicht Moslem, es gibt sonstige und Strich. Wir sind bis heute staatlich nicht anerkannt als Religion. Warum? Und in anderen Themen, die Vorurteile, die Verallgemeinerungen, dass man uns immer mit Terrorismus verbindet. Warum verbindet man nicht andere mit Terrorismus? Warum nur wir, wenn wir über dieses Thema sprechen? Obwohl wir sagen, ich habe das öffentlich gesagt, ich war der erste Imam in Deutschland, der im Fernsehen aufgetreten ist und der hat sich von Terrorismus, der hat sich von Terrorismus distanziert. Und ich habe gesagt, diese Taten, die sind kriminelle Akte. Und die Religion, jede Religion verbietet sowas. Aber trotzdem kommt immer Generalverdacht. Und da will man immer diese Muslime so zeigen, die sind. Aber wir haben in der Geschichte natürlich viele Ereignisse, die so waren. Als Jesus zu den Leuten gekommen ist, die Leute haben ihn nicht so mit offenen Armen empfangen. Die Leute wollten ihn dann töten und so weiter. Als Moses zu den Leuten gekommen ist, auch die Leute haben ihn nicht mit offenen Armen empfangen. Und das war immer so bei den Propheten und bei den Leuten, die mit etwas anderem kommen, als was die Leute wissen. Deshalb bitten wir die Leute darum, bitte ich sie, dass sie sich informieren, aber bitte richtige Informationen bekommen. Nicht jeder, der von sich behauptet, dass er Imam wäre, dann ist er. Und nicht jeder, der über Islam spricht, dann spricht er richtig. Und nicht jeder, der sich heute Islam-Experte nennt, dann ist es so. Und viele wissen vom Islam nichts und die reden über ein Thema, das sie nicht kennen. Und dann haben wir katastrophale Meinungen und katastrophale Ansichten. Deshalb danke ich Ihnen erstmal, dass Sie mich zugehört haben und ich sage, wir haben kein Problem. Muslime mit Christen oder mit Juden oder Muslime und Nicht-Muslime in diesem Land und alles ist normalerweise in Ordnung. Und wenn, wenn die Politik, ihre Politik nicht auf unseren Rücken macht und wenn die Medien uns in Ruhe lassen, dann glauben Sie mir, wir sind alle gute Nachbarn und wir können uns verständigen und wir können miteinander reden und da leben wir sehr gut miteinander. Aber leider, es wird von uns heute verlangt, dass wir unsere Religion aufgeben, dass wir unsere Religion ändern und da sagt man, wir wollen deutschen Islam. Was heißt deutschen Islam? Wir haben nicht gehört, wir wollen deutschen Judentum oder christliches Judentum. Das haben wir nicht gehört. Aber wieso bei Islam, deutschen Islam? Und das sind Fragen, die ich heute gestellt habe und da könnte man sich nur überlegen. Ich danke Ihnen und ich hoffe, dass wir zu einer fairen und gerechten Diskussion kommen. Dankeschön. Jetzt hat man insjallah die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wenn jemand insjallah Fragen hat, dann können Sie gerne stellen. Oder Kritik auch kein Problem. Ich meine vielleicht, weil man erfahrungsgemäß, ja, ich meine, da gibt es viele auch, die sagen, das gefällt mir im Islam sowas nicht und sowas. Und wir wollen eigentlich miteinander reden. Ich meine, wir sind Menschen, wenn, bitteschön. Also ich, der Vortrag war ja gut, alles in Ordnung. Aber ich habe mir dabei, es ist mir durch den Kopf gegangen, warum da so eine Diskussion über die Migration fällt. Fühlen Sie sich hier nicht wohl? Oder wollen Sie alle überzeugen, dass dieser, Ihre Glaube, besser ist, als den wir haben? Und ich kann mir voll vorstellen, dass, wo man auch, ja, also, äh, es kann wohl, es kann wohl, es kann wohl, jeder hat seine Meinung. Aber schauen Sie mal, okay, lassen wir die Ausländer beider Seiten. Okay, was ist mit den Leuten, die den Islam angenommen haben und die sind Deutsche? Die sind keine Ausländer. Ja, okay. Was ist mit Ihnen? Nein, das weiß ich ja nicht, die haben ja noch nicht gesprochen. Ja, Sie haben sich das nicht gesehen, aber wir haben diese Leute gesehen und wir haben auch Leute, die mit uns hier sitzen und die waren Deutsche, die den Islam angenommen haben. Und diese Leute, wenn sie nur den Islam annehmen, dann werden sie sofort als Ausländer betrachtet. Und dann werden sie sofort als Leute betrachtet, die sich integrieren müssen. Aber ich glaube, da war nicht allein in Deutschland, danke zu, oder? Aha, das ist was anderes jetzt. Aber ich rede, schauen Sie mal, ich lebe in Deutschland, ich lebe weder in Eskimo noch in Kanada und ich lebe weder in Russland oder in China oder in Südafrika. Ich lebe hier in Deutschland. Und Sie und ich müssen wir zusammenkommen und müssen wir gute Beziehung zu haben und nicht mit den anderen Leuten. Deshalb, ich rede in meinem Gebiet, wo ich lebe, weil das für mich am wichtigsten ist. Hier leben meine Kinder, hier leben meine sozusagen Verwandten, meine Bekannten, meine Freunde, meine Glaubensbrüder und Schwestern und auch Leute, die nicht Muslim sind. Und wir haben dieses Problem. Ich sage Ihnen nicht, dass wir hier auch nicht zum Teil unserer Religion praktizieren können. Wir dürfen zum Teil unserer Religion praktizieren, aber bis wann, wissen wir nicht. Aber die Sache ist so, wir wollen kein Problem. Aber es gibt Leute, wenn sie dieses Problem nicht haben, dann haben sie keine Arbeit mehr. Also, ich weiß, ich bin nun immer Deutscher und weiß von vielen, überwiegend, bauen sie hier Moscheen. Ich habe überlegt, geht mir natürlich durch den Kopf, ich gehe jetzt in der Türkei und kenne so und so viele Christen und sage, komm, wir bauen jetzt eine Kirche. Da sind Sie falsch informiert, weil es erstmal in der Türkei Kirchen gibt. Und zweitens, Moment, nehmen Sie nicht die Türkei als Beispiel für den Islam, bitte. Ja, ich komme aus einer Stadt in Syrien, ursprünglich, aber meine Heimat ist jetzt Deutschland. Das ist die Sache. Ich komme ursprünglich aus Syrien, ich komme aus einer Stadt. Wir leben Juden und Christen und Muslime zusammen. Die Christen haben ihre Kirchen in verschiedenen Richtungen von Christen, ja. Verschiedene. Und die Juden haben ihre Synagogen und die Muslime haben ihre Moscheen und wir leben alle untereinander und wir haben kein Problem. Unsere Nachbarn, die sind, die sind Christen. Und wenn ich zu jüdischem Viertel dort gehe, wir haben so dort jüdischem Viertel, weil die Händler sind, dann wissen sie, wer ich bin und sagen, ja, du bist der Sohn von dem und dem. Und wir haben kein Problem untereinander. Aber warum will, und wir haben auch übrigens hier in Deutschland auch kein Problem. Aber es gibt manche, die dieses Problem willkürlich verursachen wollen, weil sie von diesen Problemen leben. Glauben Sie mir, jemand hat mir so gesagt, der hat gesagt, wenn Sie da nicht wären, dann werde ich arbeitlos. Wen wird man abhören? So weiß ich. Übrigens, ein Priester darf nicht abgehört werden, aber ein Imam ja. Wo ist die Gerechtigkeit? Wo ist die Gerechtigkeit? Sehr schön, und das wollen wir. Bitte schön. Das wollen wir. Es gibt Gerechtigkeit, ich sage Ihnen. Im Paradies gibt es. Ja, sehr schön. Wir haben... Wir haben... Untertitelung des ZDF, 2020